Das Glasfasernetz einer Gemeinde besteht aus vielen verschiedenen Komponenten. Glasfaserkabel, Leerrohre, Anschlussschächte, Verteilerkästen. Aber wie sind die einzelnen Teile miteinander verbunden und wie kommt die Glasfaserleitung ins Haus? Beginnen wir beim Hauptverteiler. Er verbindet die Gemeinden mit dem Internetanbieter. Vom Hauptverteiler verzweigt sich ein System aus leeren Kunststoffrohren über mehrere Anschlussschächte durch alle Straßen. Das macht die Verlegung und spätere Wartung der Glasfaserkabel deutlich einfacher, da die Leitungen im Gegensatz zu herkömmlichen Kupferkabeln einfach aus den Rohren herausgezogen und mit Luftdruck neu eingeblasen werden können. Ganz ohne Baustelle und offene Gräben. Lediglich die erste Verlegung benötigt eine offene Bauweise. Aber wie kommt die Glasfaserleitung nun ins Haus? Zunächst wird detailliert besprochen, wo im Haus die Glasfaser am besten ankommen soll und wo die Anschlussgeräte platziert werden sollen. Notwendig sind ein Netzabschlussgerät, das die Lichtsignale in elektrische Signale umwandelt und ein Router, an den die Endgeräte angeschlossen werden. Alle Absprachen werden dokumentiert und an die zuständige Tiefbaufirma gegeben, die sich geschwind an die Verlegung der Hausanschlüsse macht. Auf privaten Grundstücken kann die Verlegung der Leerrohre fast immer in geschlossener Bauweise durchgeführt werden. Es werden lediglich zwei kleine Löcher benötigt. Eins am Straßenrand und eins an der Hauswand. Steht einer geraden Bohrung nichts im Wege, kann eine sogenannte Erdrakete eingesetzt werden. Sie bohrt einfach unter allem durch, Beete und geflasterte Wege bleiben verschont. Sollte doch etwas im Weg stehen, wie beispielsweise die Wurzeln eines großen Baumes, so ist manche Tiefbaufirma hierfür besonders gerüstet. Mit Hilfe eines Spülbohrers kann auch in Kurven gebohrt werden, ebenfalls ohne den Vorgarten aufzugraben. Nur wenn zu viele enge Hindernisse im Boden vorhanden sind, muss tatsächlich ein offener Schacht gegraben werden. Aber das passiert äußerst selten. Nun kann das Leerrohr ins Haus geführt werden, wofür es im Wesentlichen drei Möglichkeiten gibt. Erstens, das Leerrohr kann überirdisch ins Erdgeschoss oder sogar höher verlegt werden. Dabei wird der Durchbruch ins Haus wasser- und gasdicht versiegelt. Zweitens, die Verlegung ins Erdgeschoss findet unterirdisch mit einer diagonalen Bohrung statt. Oder drittens, es geht direkt unterirdisch weiter in den Keller des Hauses. Auch hier ist eine wasser- und gasdichte Versiegelung selbstverständlich. Nach einer vollständigen Verlegung der Leerrohre werden die Löcher im Boden wieder verschlossen und der Urzustand wieder hergestellt. Sollte ein Haus bereits mit einem geeigneten Leerrohr ausgestattet sein, das bis zur Straße führt, so kann dies einfach ohne weitere Bauarbeiten auf dem Grundstück verwendet werden. Vom Anschlussschacht aus werden die Leerrohre nun gefüllt. Dabei werden gleich mehrere Glasfasern in das Rohr eingeblasen, inklusive Reserve für Ausfallsicherheit und mehrere Abnehmer. Am Verteiler werden die neuen Glasfasern mit der Hauptleitung verbunden. Im Haus werden sie sauber in einem speziellen Gehäuse untergebracht. Zum Schluss erfolgt der Anschluss der Glasfaserleitung an das Netzabschlussgerät. Dies benötigt eine fest installierte Steckdose in der Nähe und nimmt sogleich seine Arbeit auf, die ankommenden Signale zu verarbeiten. So ergibt sich ein komplett neues, autarkes Leitungsnetz. Die alten Kupferleitungen bleiben unberührt parallel bestehen. Die abschließende Signalprüfung ergibt, dieses Haus ist ab sofort mit einem modernen, zukunftssicheren Glasfaseranschluss ausgerüstet. So geht Glasfaser. Unkompliziert, schnell und verlässlich. Also ganz einfach.